Und damit herzlich willkommen an den Chikos und Chikas draußen, der Sky and Son, Stasi-Genau-Song-Panel und der Let's Destroy! Das ist sozusagen der zweite Teil des Sky and Son und Abos Battles, äh, Reihe und, ähm, ich hatte so viele krasse Probleme mit dem Scheißteil und dieses Scheißteil funktioniert auch generell nicht mehr und diesmal hab ich mir gedacht, lass es einfach mal mit nem Hammer draufhauen und ein bisschen Wut rauslassen, was ich mit dem Scheißteil die ganze Zeit hatte und deswegen, uah, ich fand die ganze Zeit rum Du warst mal gut, du warst mal einer der Besten, du warst das Unplusultra und jetzt, zieh dich an! Nächst im Dreck liegst du! Scheißteil, okay! Soll ich draufhauen? Soll ich draufhauen? Tu es! Du Dreckst! Scheißteil! Kipp kaputt! Rückseite! Komm mal! Halte, die ist mit dir in Brust! El, der Leid! Und jetzt ist es endlich vorbei! Du Scheißteil! Ah, 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 ah! Ach! Ach, ach! So viele Probleme mit mir! So viele Scheißprobleme! Weißt du was? Komm her! Komm her! Hier ist Wasser! Wasser! Hier Wasser! Schön rein! Du Scheiße! Da wird sich der Roxyosupport aber freuen! Ja, scheiß Roxyosupport hat mir nicht mehr ansatzweise geholfen, ey! Dumme Scheiße hier! Weißt du, es funktioniert noch? Wer weiß, vielleicht funktioniert es jetzt besser als vorher. Ich lasse die Dräne zerstören! Dräne Dräne Muskeln! Scheiße! Scheiße! Schade, dass du keinen Spiritus da hast! Schöne Feuertaufe! Oh ja! Das hat gut getan! Jetzt könnt ihr mal gerne in den Kommentaren schroten, wie viele Einzelteile das sind! Mal gucken, wer am Ersten drankommt! Es ist schön! Es ist befriedigend! Es macht Spaß! Spaß macht es! Was? Oh, jetzt hab ich auszusehen! Was denn? Wiederhauen! Du bist schuld, dass ich den Ding hauen habe! So! Dann bedanke ich mich für diese kleine Rage-Szene! Wie immer, schrot da ist in den Kommentaren! Wie gesagt, zählt mal die Einzelteile! Was meint ihr, wie viele das sind? Und dann sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online! Und zwar diesmal eher auf die Qualität achten, als darauf zu achten, ob die Scheißtechnik funktioniert! Also, wenn wir uns wiedersehen, dann auf jeden Fall online! Ciao! Ciao!